Moin Moin und ein weiterer Tag bei Colt Harbour. Ja, mal gucken wie es jetzt weitergeht. Erlät. So, Schlacht von Colt Harbour, immer noch 1. Juni 1864. Unsere rechte Flanke wurde stabilisiert. Jetzt sind wir zu einem Großangriff auf ihre rechte Flanke bereit. Ihre Befestigung werden jeden Tag stärker. Wir müssen also heute eine Entscheidung herbeiführen und sie durchbrechen, bevor sie unüberwindbar werden. Das klingt ja jetzt nach... da müssen wir durch. Okay. Ach du Scheiße, ich kann mich daran erinnern. Das war schon für die Konfurierten hart. Damals fand ich. Wir bereiten uns auf den Angriff vor. Die Konfurierten haben entlang der Straße zwischen Colt Harbour und New Colt Harbour starke Befestigung errichtet. Die andere Straße nach Richmond, die Walnut Road Road, wird bei diesen Wäldern verteidigt. Und hier. Tja. Wir sollten darauf achten, weder Old Colt Harbour noch die andere Kirche zu verlieren, da wir uns sonst zurückziehen und unsere Offensive einstellen müssen. So. Puh. Hm. Ich war gerade am überlegen, ob wir das hier angreifen. Das Problem ist, dann habe ich zwar diesen Hügel, aber ich komme hier nicht weiter. Hier ist auch wieder keine Deckung ideal, um uns zu beschießen. Und diese Seite ist schwach. Also da ist kaum Einheiten. Wir wollen nicht befestigen. Wir wollen angreifen. Ansonsten pfeife ich hier auf diese Position. Obwohl, ich weiß, als wir damals die Konfigurierten gespielt haben, haben wir hier einen Angriff vollzogen. Du könntest ja so machen. Die Kanonen bewegen wir nicht allzu. Die bewegen wir hier hin. Dass wir zur Not zurückziehen können. Die Mitte, das Zentrum, lassen wir erstmal. Wir versuchen trotzdem, das hier zu kriegen. Wo sind meine Kanonen hier auf dieser Seite? Am Arsch der Welt. Da sind noch welche. Wir müssen sie quasi hier rausboxen. Wenn wir diesen Punkt haben. Ach, ist das eine Scheiße. Kanonen müssen hier hin. Diese Einheiten können gleich schnell hier hin. Ah, wie machen wir das am besten? Wie machen wir das am besten? So. Ein, zwei Leute bleiben erstmal hier im Zentrum. Ah, warte mal, du gehst nicht. Du kannst da mal hingehen. Hier. Hier, drei. Und die Verwundeten quasi, die schon ein bisschen beschädigt sind, die können hier verteidigen. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, dass es, wenn ich sie flankiere, auch zum Erfolg kommt. Und hier oben habe ich zu wenig Einheiten. Ich bin, ich weiß nicht, ich mache es einfach. Weil ich kann nicht alle Einheiten rumschaffen. Wir müssen, wir müssen beide flankieren. Das Problem ist, wir schieben sie dann in die Mitte und kriegen einen dritten Punkt nicht. Was sie in die Mitte schieben. So, warum läuft die alle nicht? Ihr könnt euren Hintern bewegen. Die Kavallerie bleibt auch hinten. Einfach nur, um, äh, zu decken. Falls doch irgendwie eine Einheit durchbricht, dann kann das ja die Kavallerie erledigen. Und wieder müssen wir auf die Kanonen warten. So, wenn hier, wenn wir hier sind und wir sehen keine Feinde, dann... Ach komm, wir lassen trotzdem die Kanonen... Ja, die können ja schon mal nachholen. So, wie wir sehen, sehen wir nichts. Nachrücken. Auch da müssen wir jetzt auf die Kanonen warten. Natürlich lustig, dass ich jetzt die Kanonen hier vorschicke, aber ist ja egal. Diese Position... Haben wir noch irgendwelche schwache Einheiten? Einheiten, die zurücklaufen, können dann hier nochmal die Position halten. Solange die Kanonen sich noch bewegen, kannst du auch nochmal vor... Nein, du nicht. Du bleibst da, wo du bist. Warum kommt die Kanone nicht an? So, Munitionswagen weiter nach vorne. Heinrich muss motivieren. Und Kavallerie bleibt mal schön hinten. So. Kanonen sind fast da. Ja, sind schwache Einheiten. Kommen trotzdem mit. Ich lasse sie schon mal vorrücken. Wenn sie hier sind, quasi ein bisschen mal angreifen. Wie sieht es hier aus? Kanonen, immer noch nicht alle da. Wenn ich hier meine Einheiten hinschiebe, dann kommt der Angriff. Definitiv. So. Ich habe lange genug gewartet. Formiert euch nochmal ganz kurz. Attacke. Attacke. Nachrücken. Nachrücken. Und das erste, was wir sehen, schickt mir die Kanonen hin. Feuer. Ja, von Süden kommen noch viele Kanonen. Na. Die laufen noch gleich bestimmt. So. Kanonen, es tut mir leid. Wir müssen leider schon das nächste Ziel in den Beschuss nehmen. Nämlich hier diese geschützten. Einheiten. Der müsste ja gleich laufen. Gut. Lassen wir ihn laufen. Ihr stellt euch mal hier in den Wald rein. Ihr kommt weiter. Haben wir die Nahkampfeinheiten. Das sind 1500. Hier. Du musst davor. Du musst hier vor. Hier gibt Deckung. So. Da ist nämlich was, was mir nicht gefällt. Fuck it. Wo kommen da Einheiten her? So. Weiter. Charge. Die Einheit hinter mir gefällt mir nicht. Könnt ihr euch die einfach mal holen. So. Pause. Ähm... Nahkampf. Schütze. Nahkampf. Nahkampf. Schütze. Schütze. Na los, da. Oh, da sind welche gekommen. Habe ich doch richtig geahnt. So. Ne, da mal ein Schießengriff. Na los, ran da. Nein, da ran da nicht. Entschuldigung. Als laufen die. Haben wir noch jemanden zum Unterstützen da? Jawohl. Multivier sie. Kanonfeuer bitte. Feuer. Und Pause. So. Nahkampfeinheiten nach vorne. Nahkampfeinheiten. Noch mehr nach vorne. Noch nach vorne. Unterstützen. Unterstützen. Von hinten Feuer geben meine ich. Unterstützen. So. Meine Kanonen. Kanonenbatterie. Feuer auf Martin. Und Iron Brigade. Ein bisschen vorrücken. Vorrücken. Los. Attacke. Braucht Motivation. Sherman. Ey, 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 ey. Jungs. Nicht drehen. Kommt weiter rein. Pass. Und genau. Einfach ran da. Schweizer dazwischen bitte. Kanonfeuer und du bleibst immer, wo du bist. Und warum lebt der noch da hinten? Komm, lauf da mal rein. Die laufen. Das ist gut. Die laufen auch. Das ist schlecht. Fight. Fight. Nachrücken. Nachrücken. Okay, da hat sich der Nahkampf schon erledigt. Und schützen. Kanonen. Der nimmt da die. Unter Feuer. So. Habt ihr endlich da mal die Leute? Tötet die. So. Schlacht mir. Weiter. Weiter. So. Nachrück. Flötet sie. Halt. Kommt da mal durch. Klein und Iron Brigade laufen. Attacke. Panonen unterstützen. Feuer. Haben wir noch einen hier? Ja. Du musst leider aufpassen. Entschuldigung. So. Auch euch muss ich jetzt da mal so ein bisschen in die Richtung. Oh. Die Iron Brigade kriegt was ab. So. Weiter. Drehen. Weiter rein. Weiter rein. Weiter rein. Und Feuer. So. Pause. Das geht mir ja gerade ein bisschen zu schnell. Dahin. Dahin. Kämpf die weg. Die gehen mir auf den Sack. Hier. Na du. 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 Bitte mal hier hin. Wir müssen sie da wegdrehen. So. Du bleibst einfach hier. los. Holst sie euch da weg. Feuer. Habe ich noch was in Reserve? Nee, ne? Puh. Naja, die Kanonen. Nee. Okay, Kanonen will ich haben. Feuer, dann in der Acht, das ist schon, reich bist schon. Feuert auf den nächsten. Geh da rein. Weiter ran. Weiter ran. So. So. Ja, das wird ja von hinten flankiert, das ist auch immer so bescheuert. Dass die auch nicht komplett aufgeben, ey. Halt. Geh mal ran da. Ne, nicht die... Da, genau. Attacken. So. So. Kabel... Äh... Bom... Äh... Bombal, sei schon. Und fällt ran. So, Anderson läuft. Die sind auch gleich Geschichte. Das heißt, Fluss übertreten. Fluss übertreten. Kommen wir weiter ran. So, Kanonen. Alle Mann auf die feindlichen Kanonen. Munitionswagen ein bisschen ran. Und Blume schicken wir mal ein bisschen runter. Wir haben da eine Einheit. Da ist noch eine Einheit. Okay. Gehen wir ein bisschen weiter. Und ihr beide. Nee, falsch rum. So. Ach, ich mach's eins jetzt. Einfach nachrücken. Ja, das ist richtig so. Die sind weg. Okay. Die haben wir gefangen genommen. Äh, könnt ihr auch mal zurückgehen. Laufen. Schützen. Schützen. Läuft. Nachrücken. 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 Laufen. Laufen. So. Kommt mal weiter, Kanonen. Das läuft. Ihr bitte dahin. Oder ich mach's wieder einzeln, weil er nimmt immer irgendein bisschen doof, die Einheiten. Ähm. Den packen wir mal dazwischen. Einfach nachfolgen. So. Also, die Kanonen haben was zu tun. Das haben wir ja quasi. Alle Punkte sehe ich gerade, ne? Okay. Okay. So, ein bisschen in Deckung bleiben. So. Ja, du musst da den da schießen. Und rüber. Attacke. Ui. Da ist ja doch noch ein bisschen was gewesen. Habe ich ja übersehen, alle da. weiter vor, weiter vor, weiter vor, weiter vor. Und halt. Und halt. Kanonen laufen. Das heißt, du kannst jetzt mal der Frontal angreifen. Iron Brigade kommt da rum. Hier kommt da rum. Und weiter vorrücken. Weiter vorrücken. Ja, Terrell, du hast gut eingekämpft, aber... So, weiter nach vorne, weiter nach vorne, weiter nach vorne, weiter nach vorne, weiter nach vorne. Kanonen, genau. Gut erkannt. So, dann kann man die Dosen öffnen von der Seite. Gut zu euch. Ich würde sagen, läuft, oder? Nee, du zock. Ich bleib mal, bleib mal hier. Hier, dass wir den Punkt auch wirklich haben. Kommen wir mal an die Seite hier. Weiter ran, weiter ran. Irgendeiner hat aufgegeben. Weiter ran. Attacke. Los, holt sie euch, die Schweine. Wollt ihr ewig leben? Nein, das wollt ihr nicht. Also tötet alles. Alles und jeden. Okay, wir sind zu formiert. Ach, wir kommen nicht rüber. Wir kommen da rum. Ach, die sind hier alle... Die können nicht weiter zurück. Das ist alles, was wir noch haben, ne? Werde aufgegeben. Kommt da mal hin. Geht immer in den Wald rein. Kannst da rüber setzen. Kommt da mal hin. Krass. Weiter. Hohoho. Los, Attacke. Supply hat aufgegeben. Supply kann raus. Der Rest nicht. Der hat aufgegeben. Der kann raus. Das war recht tot. Der hat aufgegeben. Der kann raus. Der hat sich aufgelöst. Na, Kampf. Sandwich. Tod und Ehre. Die kämpfen ja echt noch. Der hat voll übertrieben. Dann hat noch einer aufgegeben. Der hat sich doch noch irgendwer, oder? Nö. Das war's. Wo lebt denn noch was? Wahrscheinlich hier hinten, ne? Komm noch mal rüber. Komm noch mal rüber. Ja. weiter. Wir wollen nix am Leben lassen. Verdammt. Alle müssen sterben. Also als konfigurierte war das hier scheiße. Das weiß ich noch. Na, nur noch der Supply, oder auch mehr? Gleich sehen wir's ja, wenn wir das eingenommen haben. Nee, noch. Anderson ist noch da. Alter, die haben... Die eine Einheit Stone hat 1000 Mann, 1200 Mann fast getötet. Aber selbst nur 150 verloren, ist schlecht. Ja, das war's. Das war schon von Colt Harper? Ey, ich könnte mir schwören, ich hab mir damals... Ich hab da sogar von drei Videos oder so gemacht, oder? Warte mal. Da seht ihr jetzt zwar nicht, ähm... Das will ich jetzt wissen. Ich mach mal mein... Home. So. Kleiner Augenblick. Das will ich... Das will ich nochmal schnell wissen. Ach, ich hab leider so viele Videos gemacht. Wo seh ich denn das? Ich möchte gerne am liebsten auf die Playlist. Playlist. So, dann guck ich mal ganz kurz. Ich seh grad, ihr seht's nicht. Aber ich werde nur kurz in den Verlauf gucken. Und zwar... Cold Harbor. Ja. Ich hatte vier Videos zu gemacht. Die Schlacht insgesamt drei Stunden Cold Harbor. Und das sind wir jetzt in einer Stunde durch. Gewesen. Was ich letztes Mal mehr gebraucht habe. Gut. Verluste. 7000 Mann. Der Feind 15.000. Ähm... Ich bin der Meinung, wir haben die Schlacht sehr gut geschlagen. Ach. Ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück. Es ist noch nicht vorbei. Ich nehm's nicht zurück. Ähm... Fort Stevins. So. Das machen wir aber dann nächstes Mal. Och man. Zu früh gefreut. Ähm... Das machen wir nächstes Mal. Weil ich würde dann die... Ähm... Die Korps... Das eine, was dann verteidigt. Ich glaube, es wird das Zweite werden. Äh... Werde ich nochmal mit Soldaten auftanken. Und dann können die Konfigurierten gerne nochmal einen Gegengangriff führen. Das kommt aber nächstes Mal. Also freut euch. Ne, gerade. Entschuldigung. Kommt gar nicht mehr ins Lager. Ähm... Das ist doof. Weil ich nicht mehr weiß, wie gut die Einheiten sind. Hm. Na gut. Ähm... Ich würde trotzdem erstmal einen Break machen. Und nächstes Mal geht es mit Fort Stevins weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.